Moin Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder im Winterresortimulator auf der Map Hochalbtal und ja es gibt mal wieder einiges zu tun. Ich würde vorschlagen wir machen heute nochmal eine Timelapse. Ich weiß es ist im Moment ein bisschen doof weil wirklich sehr sehr viele Timelapse kommen. Aber es gibt halt wirklich so viel zu tun und ich glaube es wäre auch noch langweiliger das alles in einem Video ganz langsam zu machen. Deswegen schaut euch die Timelapse gerne nochmal an und dann würde ich sagen Timelapse ab und viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.